Rechtswalzer von Franz Sobel Es liest Robert Reinhagel Für alle linken Füße Dass Politik in meinem Leben eine Rolle spielen könnte, verwirrte und ekelte mich ein bisschen. Mir war aber bereits klar geworden, dass der sich seit Jahren verbreiternde, inzwischen bodenlose Graben zwischen dem Volk und jenen, die in seinem Namen sprechen, also Politikern und Journalisten, notwendigerweise zu etwas Chaotischem, Gewalttätigem und Unvorhersehbarem führen musste. Michel-Ulbeck Unterwerfung 6. September 2024, Freitag Dinosaurier sind Feinde Gottes. Als Beweis der Evolution stehen sie im Widerspruch zur Schöpfung. Als es in der Bibel Licht wurde, Mohammed den Koran empfing, Hinduisten die Veden aufschrieben, Joseph Smith das Buch Mormon oder Laoze das Daodejing, waren von den Dinos nur noch Knochen und versteinerte Exkremente übrig. Aber warum sind Kinder so scharf darauf? Sehen sie in den urzeitlichen Ungetümen eine Kreuzung aus Superhelden und Schutzengeln? Fühlen sie eine Verwandtschaft zu diesen Kaltblütlern? Jedenfalls hatte Carwin Dinger einen, wie sein Vater sagte, Dinofogel. Da riss auf seiner Schultasche ein Tyrannosaurus das Maul auf und zeigte Kuhhornzähne. Ein aus einem Elefantenkörper kommender Wurmfortsatz mit Peniskopf, der Apatosaurus, prangte auf der Federschachtel, während ein Nashornkopf mit Hämorrhoidenhalskrause, der Triceratops die Lunchbox zierte. Malte Dinger, Carwins Vater, vertraute der Strahlkraft dieser Urzeitdrachen. Carwin liebte Saurier. Er bestand auf Geschirr mit urzeitlichen Echsen und versteifte sich darauf, vor dem Einschlafen eine Sauriergeschichte erzählt zu bekommen. Malte dachte an seinen ersten Schultag, konnte aber bloß Schatten ausmachen und den Geruch nach Kinderschweiß, Essigreiniger und Wurstbroten erahnen. Zuerst wird man von Erwachsenen gemartert. Ob man sich auf die Schule freue, dann wird der Schulanfang gefeiert. Wer feiert? Die Eltern, dass sie die Verantwortung los sind. Die Kinder, denen eine Art Initiation abverlangt wird? Was bei archaischen Stämmen die Tätowierung der Geschlechtsteile oder das Anziehen eines mit giftigen Waldameisen präparierten Handschuhs ist, das ist in der zivilisierten Welt der Schuleintritt. Zu Maltes Zeit gab es keine Schultüte, dafür mußte man bei Erscheinen der Lehre aufstehen und so laut »Guten Morgen« brüllen, dass Kreidestaub von der Tafel rieselte. In den Klassenzimmern hingen Kreuze der Bundesadler und Bilder von alten Männern, die so ernst reinsahen, als ob sie monatelang nichts als Käserinde zu essen bekommen hätten. Statt der nun gängigen Birkenstock-Sandalen trug man Holzpantoffeln, die auf dem Linoleumboden klapperten wie einschnappende Mausefallen. Und dann dieses Gebrüll der Lehrer. »Vogel V! Fahnen F! Schweineschwänzchen Ringel S!« Maite hatte die Schule gehasst, er war Legastheniker und hatte schier aussichtslose Kämpfe gegen die nicht genügend geführt, die sich schon im Herbst wie Schlangen um ihn wanden und ihm bis zum Frühjahr jede Luft nahmen, bevor sie ihn in Gestalt von Entscheidungsprüfungen fast verdauten. Schule, Kinderfabriken, in denen man nur eines lernte, Zeit totschlagen, sinnlose Spiele, Schritte der Lehrer zählen, Kritzeleien, vier Gewinnt. Mit Carvins Schuleintritt holte ihn das alles wieder ein, verhärmte Lehrerinnen übergewichtig oder anorektisch, ehrgeizige Eltern, die ihre unförmigen Larven in teure Markenkleider steckten und Schulwarte, die nur eines kannten, die Einhaltung der Hausordnung, als hinge die Sicherheit des Vaterlandes davon ab. Außerdem musste man fünfmal in der Woche gegen sechs Uhr morgens aufstehen, um den Tag mit streitsüchtigen, gemeinen, lauten, am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidenden Halbaffen zu verbringen, die damals Thomas und Daniel, Wolfgang, Christian, Peter oder Robert hießen und selbst gestrickte Pullover sowie Strümpfe mit Zopfmuster trugen. Heute hörten sie auf Carlos, Noah, Lionel, Leonidas oder Quirin. Nur Idioten nannten ihre Kinder noch Kevin oder Jacqueline, Maurice oder Yvonne, womit sie ihnen ein Schild um den Hals hängten, auf dem stand, wir sind gehirnbefreite Trottel mit einem jährlichen Familieneinkommen von weniger als 15.000 Euro. Die meisten wollten ihre Kinder adeln, nannten sie Leopold, Heinrich, Xavier, Ottokar, Maria Theresia, Elisabeth, Serafina oder nach einem anderen degenerierten Habsburger, Bourbonen oder Welfen. Doch selbst die ausgefallensten Namen änderten nichts daran, dass man diesen eingebildeten Dauphins und Prinzessinnen ausgeliefert war. Jahrelang gab es kein Entrinnen. Der Schuleintritt war, als hätte jemand eine Seite im Buch des Lebens umgeblättert, von wo aus es kein Zurück mehr gab. Aber nicht nur die Kinder wurden vom Schulsystem in die Zange genommen, auch die Eltern. Vorbei war es mit faulen Vormittagen und Urlauben in der Nebensaison, vorbei mit Ausflügen und Saufgelagen bis in die Morgenstunden. Die Schule war auch über sie gestülpt, woraus es für die nächsten acht, zwölf Jahre kein Entkommen gab. Hatte dieser Einschnitt nicht auch Positives? Hübsche Mütter? Milfs? In der Aula war ihm eine Blondine mit Kuhaugen aufgefallen. Hashtag Marilyn. Jetzt sah er eine Rothaarige, deren Teint an geschäumte Milch erinnerte. Hashtag Vielleserin. So schlenderte Malte lächelnd durch den Resselpark und überlegte, ob er sich ein zweites Frühstück gönnen sollte. Bis zu seinem Termin hatte er noch Zeit. Kaffee und Kipferl oder eine Leberkäse-Semmel? Dieses Grundnahrungsmittel der Österreicher, das weder Leber noch Käse enthält. Eine geschmorte und gebackene Fettmasse, die vorzüglich schmeckte, wie ein Marshmallow aus Wurst. »Nein, da kannst du dir das Fett gleich intravenös zuführen.« Eine Mutter mit moosgrünen Strümpfen, Hashtag Künstlerin, die mit der einen Hand ein kauendes Kind Richtung Schule schleifte und mit der anderen ein Smartphone, so nahe vor ihr Gesicht hielt, dass sie unmöglich sehen konnte, wohin sie stapfte, lief fast in ihn hinein. Eine prallgefüllte Brieftasche fiel aus einer ihrer Taschen. Malte hob sie auf und lief ihr hinterher. »Oh, vielen Dank!« Die Grünbestrumpfte war verblüfft. »Keine Ursache.« Malte spürte ein Kitzeln in der Kehle. Er war, wie man sagte, ein guter Mensch. Nicht gläubig, aber er bemühte sich, die Welt ein bisschen besser zu machen. Hatte sich, als vor neun Jahren die Flüchtlingswelle in das Land geströmt war, als freiwilliger Helfer gemeldet und monatelang zwei Syrer beherbergt. Wann immer es darum ging, für den Frieden oder die Befreiung eines unterdrückten Volkes einzutreten, war er dabei. Natürlich, er war kein Heiliger, aber Menschlichkeit, Umweltschutz und Toleranz standen groß auf seinen Fahnen. Von jenen, die Menschen wie ihn als Gutmensch oder Linksliberalen bezeichneten, ließ er sich nicht irritieren. Er folgte seinem Herzen. Zwei Angehörige der Bürgerwehr, die neuerdings überall Präsenz zeigten, spielten mit ihren Gummiknüppeln. Eine feine Dame verpackte die Ausscheidung ihres kleinen Hundes, der aussah wie eine Drahtbürste auf Beinen und unbeteiligt gehnte in ein Plastiksäckchen. Weit hat es der Mensch gebracht, glaubt die darmwarme Scheiße seiner Köter auf. Die Bäume glitzerten wie Goldwasser und am Kornblumenblauen Himmel standen Kondensstreifen. Ein wunderschöner Spätsommertag kündigte sich an, ein letztes Aufflackern einer Schönwetterperiode, bevor die Tage kürzer und kälter wurden. Malte sprang vergnügt über Laubhaufen und stachelige Früchte, die an Seeigel und Kastanien denken ließen. Da kreuzte ein Eichhörnchen seinen Blick, flitzte über den Platz, sprang in eine Rabatte durch Sträucher über eine Skulptur und war verschwunden. Das Leben ist wunderbar, alles springt und jauchzt, jubiliert und liebt und zu Hause warten Garnelen, Mayonnaise und ein Weißwein aus dem Kammtal. Erst dank diesem fuchsbraunen Tierchen fiel Dinger die Bronze-Skulptur auf, eine nackte, etwas zu üppig geratene Mutter, bestimmt ein Überbleibsel aus der Nazizeit. Darunter lag etwas, ein Smartphone. Malte, eine Woge stieg in ihm hoch, eine Mischung aus Finderglück und Neugierde, griff nach dem Mobiltelefon und überlegte, ob er es zur U-Bahn-Aufsicht bringen solle. Wo war die? Als er nachdachte, wo es hier ein Büro der Verkehrsbetriebe gab, spürte er ein Vibrieren in der Hand. Gleich darauf erklang eine Mundharmonika-Melodie aus »Spiel mir das Lied vom Tod«. Er klappte das Gerät auf, las unbekannt auf dem Display, drückte die Taste mit dem grünen Telefonhörer und hielt es sich ans Ohr. »Hör zu, Arschloch«, sagte die Stimme im Lautsprecher, »jetzt ist es aus mit deinem Glück, du bist raus, kapiert, raus, du hast ausgeschissen in der Welt.« »Was? Das muss ein Irrtum sein, ich...« Dinger fühlte, wie ihm eine Gänsehaut über den Nacken bis zu den Armen wuchs, etwas schnürte ihm den Hals zu. »Angst?« Er rang um eine Antwort, doch da war der Anrufer bereits weg. »Was war das gewesen?« Er betrachtete das Gerät. Es reizte ihn, das Handy wegzukicken wie die Nuss, doch er steckte es ein. »Ich bin raus, Blödsinn«, Dinger schmunzelte. Er war ein Glückspilz, auf die Butterseite des Lebens gefallen, optimistisch, immer zu Scherzen aufgelegt, beliebt, glücklich verheiratet und, seit er Lobsters Tonic Water und den Gin entdeckt hatte, florierte auch der Getränkehandel, von dem ihm viele abgeraten hatten. Sein Gin-Ding war in aller Munde und seit die Stadtzeitung darüber berichtet hatte, wurde auch das Dingers, sein Comptoir, gestürmt. Bei Dingers gab es keinen ordinären Gordons oder Bombay Sapphire, wie man ihn in jedem Flughafenshop bekam, sondern Persian Peach, White Rain, Edinburgh Christmas Gin, Schwarzer oder Backwoods Vintage Dry. Gin war der neue Whisky, das hippeste Getränk und Malte war voll drauf auf diesem Zug. Es hatte gedauert, bis er aus seiner Prokrastination, ja, hier ist dieses Modewort angebracht, erwachte und seine Berufung für den Getränkehandel entdeckte. Seine Freunde waren alle in der Kreativwirtschaft, arbeiteten als Werbetexter oder in Designbüros, erstellten Websites oder schrieben Artikel für Mitgliederzeitungen von Autofahrerclubs. Jeder hatte eine Nische gefunden, in der er sich unersetzlich fühlte, nur Malte, kreativ wie eine Form zum Kekse ausstechen, handelte mit Getränken, war das Bindeglied zwischen Produzenten und gerade angesagten Bars. Und von Donnerstag bis Samstag betrieb er sein Comptoir, wo es nur Gin, Prosecco und Lobsters Tonic Water gab und sich die Gäste ihr Essen selbst mitbringen konnten. Nur selten, auch das lief gut, gab es Austern aus der Bretagne. Dazu Carwin, ein freundliches und hochbegabtes Kind, das formidabel Schach spielte, alle Strophen der Marseillais kannte und sich bereits mit vier selbstständig das Lesen beigebracht hatte. Während sich alle anderen Paare um ihn herum getrennt hatten, waren er und Elvira immer noch zusammen. Alles hatte sich hervorragend entwickelt, das Universum war auf seiner Seite, Butterseite. Und nun das? Bestimmt ein Scherz. Allerdings war da der Nachhall eines dumpfen Knalls, als ob im Regal seines Kopfes ein Buch umgefallen wäre. Plötzlich tauchte eine längst vergessene Empfindung auf. Ohnmacht. Er schob dieses Gefühl zur Seite, ging Richtung U-Bahn, sah in einer Glasscheibe sein Spiegelbild. Ein schlanker Mann mit hängenden Augenlidern, feinen Gesichtszügen und glattem Sandfarbenen Haar, das an der Stirn schon Schütter war, ein Oskar-Werner-Typ blickte ihm da entgegen. Mit dem hellen Staubmantel, der eng geschnittenen grauen Hose samt Amani-Gürtel und den maßgefertigten spitzen Lederschuhen könnte er Werbung für Kaffeekapseln machen. Er glich mehr einem Dandy oder Künstler denn einem Getränkehändler. Und das war er auch, ein Künstler. Keiner, der Bildertexte oder Handyfilmchen produzierte, sondern einer, der die Kunst zu leben beförderte. Savoir-vivre. Er strich sich durchs Haar, wischte sich Strähnen in die Stirn und genoß die Energie, die ihn durchflutete. Lächelnd trippelte er die Treppe zum U-Bahn-Perron hinunter und wie um den Anruf Lügen zu strafen, fuhr gerade ein Zug ein. Leichtfüßig sprang Malte in den vordersten Waggon. Das Kind war abgeliefert und er fühlte sich prächtig. Die Menschen starrten mit verschlafenen Gesichtern entweder in ihr Smartphone oder in eine Gratiszeitung. Die meisten trugen ihre dunkle Alltagsuniform, hatten ungepflegte fettige Haare, massige Figuren und Ringe unter den Augen. Sklaven, Knechte, Arbeitstiere, die auf Erlösung durch die neue Regierung hofften. Dinger ging zu einem freien Platz, wollte einer alten Frau den Sitz überlassen, die aber abwinkte, setzte sich und sah, dass jemand Moses in die Fensterscheibe geritzt hatte. Moses, ausgerechnet Moses. War das Verkehrssystem so etwas wie der Zug der Israeliten durch das rote Meer?